Hallo ihr Lieben, ich bin es eure Katrin. Ja, ich wollte euch mitteilen, dass ich euch jetzt ab sofort, ab Montag von 18 bis 20 Uhr Moratzkurse übernehme und zwar ist das einmal der Fat Burn von 18 bis 19 Uhr und von 19 bis 20 Uhr einmal der Body Styling Kurs. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Wir arbeiten eigentlich mit allem, was wir hier so haben. Das versuche ich ja, das kennt ihr mich ja schon von einem Sonntagskurs, versuche ich immer alles mit einzubinden. Im Fat Burner ist es natürlich anstrengender. Ja, wir haben viel mehr Konditionen, viel mehr Ausdauertraining, auch Krafttraining, klar, aber natürlich ist der Ausdaueraspekt da etwas höher gelegen als im Body Styling. Body Styling wird etwas ruhiger, ein bisschen mehr den Schwerpunkt auf Toning gelegt, aber ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr kommen würdet, ihr werdet auf jeden Fall alle Muskelnpartien trainieren, die ihr nur trainieren könnt. Und ja, ich würde mich freuen, euch mal am Montag zu sehen. Bis dahin, eure Katrin.